Guten Morgen, meine Damen und Herren, heute ist Montag, der 5. September, die neue Welle aktuell bei Baden-TV. Die SPD ist bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern als klarer Sieger hervorgegangen. Sie erreichte nach dem offiziellen vorläufigen Ergebnis 35,7 Prozent. Die Grünen ziehen mit 8,4 Prozent zum ersten Mal in den Landtag von Schwerin ein. Die Liberalen scheiterten an der 5-Prozent-Hürde. Kurz vor dem 10. Jahrestag der Terroranschläge in den USA hat Bundesinnenminister Friedrich vor islamistischen Terroristen in Deutschland gewarnt. Friedrich erklärte, derzeit seien fast 1.000 Personen im Land, die man als mögliche Terroristen bezeichnen könnte. Bei einem Unfall auf der Autobahn A8 bei Pforzheim sind am Wochenende drei Menschen schwer verletzt worden, darunter auch ein 8 Monate altes Baby. Beim Wechseln auf die linke Spur geriet ein Auto ins Schleudern und stieß mit dem Wagen der Familie zusammen. Dieser kam dann von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Unfallverursacher stieg kurz aus, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Die Polizei fand aber einen Hinweis auf den Flüchtigen. Er hatte an der Unfallstelle sein Autokennzeichen verloren. Er stellte sich aber schließlich gestern Nachmittag selbst. Die gesetzlichen Krankenkassen haben ihre Finanzlage einem Zeitungsbericht zufolge erheblich verbessert. Grund für die positive Entwicklung sei vor allem die gesunkenen Ausgaben für Arzneimittel. Zum Sport bei der Basketball-EM hat Deutschland am Abend gegen Serbien verloren. Das Team um Dirk Nowitzki unterlag mit 64 zu 75. Wegen der Niederlagen von Italien und Lettland sind die Deutschen aber in der Zwischenrunde mit dabei. Der KSC will künftig auch nicht öffentliche Trainingseinheiten absolvieren. Erstmals soll dies an diesem Mittwoch und Donnerstag der Fall sein. Wir wollen uns auf das wichtige Spiel in Düsseldorf in aller Ruhe vorbereiten, so KSC-Cheftrainer Rainer Scharinger. Natürlich werde es aber auch weiterhin öffentliche Trainingseinheiten geben. Und soweit das Aktuellste hier aus der Neue Welle Nachrichtenzentrale. Wir wollen uns auf der Neue Welle nachdenken, so KSC-Cheftrainer.